Also ich bin die Andrea Hofmann und ich möchte euch heute einmal das CHT-Modul, unser neues CHT-Modul CHT und Heilsteine vorstellen. Die Christine hat einmal die brillante Idee gehabt, dass man eben das verbindet, die Heilsteine mit CHT, da man da also wirklich super tolle Ergebnisse dann sieht und das einfach eine wundervolle Erfahrung ist, einfach diese Steine mit dazu zu nehmen. Und jetzt möchte ich euch als erstes mal dieses Modul vorstellen. Wir haben zwei Teile. Der erste Teil ist, dass der Jürgen erst einmal einen Vortrag macht über die ganzen Grundlagen der Steinheilkunde. Er erzählt einfach ein bisschen Theorie und dann werden wir ein bisschen praktische Übungen machen. Wir werden dann Kristallstrukturen ausprobieren. Da haben wir dann solche großen Blätter. Da sind dann Strukturen aufgemalt, wie zum Beispiel Kreise oder eben Rechtecke und solche Sachen. Da kann man sich einfach mal drauf stellen und da sich hineinspüren, wie sich das anfühlt. Dann können wir Steingreise aufbauen und sich da einmal rein spüren, wie sich so ein Steingreis anfühlt und welche Energien da einfach am Werk sind. Dann haben wir Steineorakel geplant. Das heißt, man kann sich dann mit verschiedenen Methoden, kann man dann sich Heilsteine ziehen, die gerade für einen in dem Moment wichtig sind, die einfach gerade das eigene Thema dann wieder spiegeln. Und die Heilsteine kann man dann eben einsetzen bei den Behandlungen und kann die dann auch mal nachts, dann darf man die mit ins Bett nehmen und da einfach auch mal damit experimentieren. Dann werden wir einen praktischen Teil machen und werden halt dann einfach mal anfangen mit den Punkten. Beginnen mit den Kopfpunkten, Brustpunkten, Solaplexus und Politeitschakra. Je nachdem, wie weit das wir dann kommen oder was halt einfach dann ansteht. Und ja, der zweite Teil wird dann so aussehen, dass wir einfach noch ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer dann in die Steinhalkunde einsteigen, nochmal Zusatzinformationen kriegen, wird dann der Jürgen noch etwas dazu erzählen. Und ja, dass wir einfach mit den Punkten weitermachen, dass wir die Beinpunkte machen, Rückenpunkte mit den Ischias-Punkten und mit Nierenpunkten. Und dann ist mir das Thema Erdung ist mir auch ganz wichtig, dass wir das mit dazu nehmen. Und dann werden wir so einen kleinen Exkurs machen in die höheren Chakren, wo wir dann Behandlung für das Immunsystem machen. Dann, wenn wir Zeit haben, werden wir dann auch eine Meditation mit dazu nehmen oder dann eben nochmal Steingreise testen. Und ja, auf jeden Fall werden wir euch dann super auch beraten, wenn dann Fragen sind zu den einzelnen Steinen, wie man dann die einsetzen kann und wie man mit welchen, dass man welche Punkte behandeln kann. Und das wird dann, ja, ich denke, eine wunderschöne Mischung aus Theorie und aus Praxis, wo man dann einfach damit schön arbeiten kann. Und wo du dann heimgehen kannst und dann die Steine, die du bei uns erwerben kannst, dann wirklich damit arbeiten kannst. Ja, das ist so das Mal zu unserem Modul, was wir so vorhaben. Und ja, dann haben wir die Termine, die haben wir auch schon geplant. Teil 1 haben wir dann 2 geplant, einmal im Januar und einmal im April und dann Teil 2 im Februar dann. Und wer sich anmelden möchte, der kann dann gerne auf unsere Seite mitschauen, auf www.chtheilsteine.de und kann sich dann direkt bei Christine und Martin anmelden, wer da Interesse hat. Ja, oder bei uns natürlich auch. Und dann darf ich übergeben an den Jürgen. Ja, Andrea hat es ja schon angekündigt. Also wenn wir das Modul dann machen, werde ich beim ersten Teil einen Vortrag machen, der circa so eineinhalb Stunden lang dauern wird. Ich glaube, so war es beim letzten Mal und so richtig tief in die Steinheilkunde einsteigen. Gut, das kann auch 2 Stunden dauern. Wenn ich mal am Reden bin, dann weiß man nie, wann das wieder aufhört. Aber heute will ich die verkürzte Version machen, weil wir gesagt haben, das Beste, wenn ich Steine begreifen will, dann muss ich mit denen umgehen, muss mit denen was machen. Und darum würde ich euch jetzt kurz so 20 Minuten, 25 Minuten ein bisschen Theorie erzählen, dass ihr halt einmal so einen kurzen Einstieg habt in die Steinheilkunde, wie man Steine aussuchen kann, welche Sachen oder Problematiken das dazu gibt. Und anschließend werden wir dann in die Praxis übergehen. Das wird dann Andrea wieder machen. Dann werden wir das mal mit euch zusammen ausprobieren. Jetzt, wenn man sich so einen Stein anschaut, Andrea wird jetzt einmal welche der Reihe nach durchgeben und auf so einen Stein mit drauf schaut, dann wird man wahrscheinlich als erstes feststellen, wenn man sich das Ding anschaut, da gibt es rote, grüne, blaue, also wunderschöne Farben. Und ihr habt es ja in der CHT auch schon mit kennengelernt oder in anderen Ausbildungen, dass gerade die Farbe eine ziemlich große Wirkung mit haben kann. Also das sieht man zu Hause auch, wenn ihr jetzt ein blaues Bad habt, dann würde ich wahrscheinlich neige und nicht so warm sei im Winter. Bei einem roten ist es dann umkehrt und genauso ist es auch bei den Steinen. Also das ist auch etwas, was ihr euch mit merken könnt, wenn ihr einen Stein aussucht, die Farbe her ist natürlich immer ausschlaggebend mit, wie ich den Stein dann einsetzen kann, welche Wirkung das er mit hat. Dann kommt es bei einem Stein auch mit drauf an, die Mineralstoffe, was in einem Stein mit drin ist. Wahrscheinlich das bekannteste, was man so kennt, ist der Magnesit, der Calcit, also es ist Magnesium drin oder es ist Calcium drin, wo man dann sagt, aha, das eine für die Muskeln, das andere ist dann entsprechend für die Knochen und solche Sachen wirken sich auch aus, wenn ich dann entsprechend den Stein einsetze. Aber genaueres werden wir dann im Kurs mitmachen. Ich wollte es bloß einmal für euch kurz ansprechen, dass ihr wisst, aha, im Stein ist auch etwas drin und das wird auch entsprechend mit eine Wirkung haben. Dann hat es die Andrea schon erwähnt gehabt, wir werden mal auf Kristallstrukturen eingehen und die Kristallstrukturen erkunden. Wenn man sich ein Bernstein beispielsweise anschaut, ein Bernstein, der hat überhaupt keine Struktur. Ein Bernstein ist amorph, also unstrukturiert und so kann ich dann auch einen Stein einsetzen. Wenn ich sage, ich habe jemanden, der total strukturiert ist, in der Früh 7 Uhr aufstehe, 8 Uhr in die Arbeit, so den ganzen Tag durchgeplant und kommt damit nicht zurecht, dann könnte ich einen Stein nehmen mit einer amorphen Struktur, um zu sagen, ich bringe da jetzt ein bisschen, nicht sagen, ich bringe was durcheinander, aber ich kann zumindest dann jemanden sein Leben leichter nehmen lassen, indem man nicht nur nach der Uhr, nur nach dem Terminkalender den ganzen Tag rumrennt. Und die amorphen Steine ist auch meistens Lebensfreude, das heißt, ich kann dann auch mehr Lebensfreude mit reinbringen. Das Gegenteil wäre jetzt beispielsweise etwas Kubisches, der Würfel. Viele haben es vielleicht schon mal gehört, dass gerade Kinder in der Schule, wenn die sagen, ich will lernen oder ich muss lernen, solche Sachen, dass man das unterstützen kann, dass man ein Fluorid nimmt. Der Fluorid ist ein kubischer Stein, der bringt eine Struktur. Und für eine Struktur tue ich mich meistens leichter dann zu lernen. Und das sind so Sachen und das werden wir dann auch mal ausprobieren, wie sich so Strukturen anfühlen. Und man wird oft vielleicht selber feststellen, da drin fühle ich mich jetzt wohl. Wenn man das so aufgezeichnet da drin steht, ich fühle mich jetzt in dem Amorphen recht wohl, dann wird das etwas sein, was ich gerade momentan brauche. Und so ist es dann auch entsprechend beim Stein. Das Letzte, was dann noch ist, das wäre die Entstehungsweise, das Bildungsprinzip. Wie ist ein Stein entstanden? Ist der direkt rausgekommen aus der Magna? Oder hat er sich hinterher noch verändert? Ist es aus verschiedenen Gesteinen wieder zusammen? Und das sind so die Lebenssituationen, wo ich dann auch später schauen kann, ob ein Stein mich unterstützt. Also wenn so einer direkt aus der Magna rauskommt und ich sage, ich will jetzt etwas Neues anfangen. Ich habe jetzt CHT gelernt, jetzt will ich meine eigene Praxis aufmachen und hier etwas tun. Dann wäre natürlich, er ist auch mit dabei, der Obsidian. Das ist der Schwarze, der so schön glänzt, den du gerade in der Hand hast. Das ist einer, der direkt aus der Magna rauskommt. Neubeginn. Der wird entsprechend hergehen und sagen, der treibt mich jetzt voran. Und dann gibt es natürlich auch Lebenssituationen. Ich merke irgendwann, es kommen nicht mehr so viele Klienten, Patienten, die ich gerne hätte. Und dann gibt es halt Steine, die sowas wieder entsprechend anschieben, wo ich sage, es ist was ins Stocken gekommen. Ich bringe das Ganze jetzt voran. Oder das Letzte wäre dann noch die Steine, die einen Abschluss entsprechend ermöglichen. Ich habe tausend Dinge um mich herum und ich sage, ich komme einfach nicht mehr weiter in meiner Lebenssituation. Ich muss hier irgendwas tun. Dann ist es oft auch wichtig zu sagen, ich muss irgendwelche Sachen abschließen, dass ich etwas anderes wieder mehr machen kann. Und so werden dann halt Steine auch, die einen entsprechenden Abschluss dann oder mir helfen, einen Abschluss zu machen, um etwas anderes voranzutreiben. Das waren jetzt einmal so die grundlegenden Sachen. Wenn ich den Stein da habe, was steckt so alles drin und wie kann der mir dann später behilflich sein? Jetzt, wenn wir später hergehen und sagen, wir wollen jetzt entsprechend CHT üben, wir wollen Steine mit dazu einsetzen, dann ist natürlich immer die Frage, wie finde ich jetzt den richtigen Stein? Ich kann natürlich mehrere Sachen machen. Also ich kann hergehen, ich kann mir Bücher, ich habe ein paar mitgebracht, die könnt ihr euch später gerne anschauen. Ich kann jetzt ein Buch nehmen, kann da reinschauen, ich kann mich vor jemandem beraten lassen. Das ist eine Sache, das haben wir auch im ersten Teil festgestellt, den wir gemacht haben. Da sind ganz viele Fragen da. Mensch, was kann ich mit dem machen? Was ist denn da? Und die Zeit werden wir auch einräumen und dann sagen, wir können euch Beratung zu den einzelnen Steinen geben. Es ist dann eine intuitive Methode. Ich kann mich rein spüren in den Stein. Das ist eine Sache, die man wahrscheinlich am häufigsten macht, wenn ich irgendwo in ein Geschäft hineingehe oder so. Ich nehme einfach den Stein, betrachte den und sage, baut sich jetzt eine Resonanz zwischen mir und ihm auf. Das wird man meistens spüren. Entweder ist das Kribbeln da, es wird warm. Oder es ist halt so, dass ich sage, na, um Gottes Willen, also das ist nicht meiner, ich lege ihn dann wieder hin. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist wirklich nicht meiner oder es steckt eine Fälschung dahinter. Da würde ich ganz kurz dann auch noch was damit dazu sagen. Das sind so gängige Methoden, die mit da sind. Ich kann natürlich auch eine Einhandroute nehmen, ein Pendel dazu nehmen, um zu sagen, ich teste den energetisch aus, einen kinesiologischen Muskeltester, was ich machen könnte. Unten habe ich das nochmal geschrieben mit der Resonanz der Berührung, wo ich feststellen kann, ist das der Stein, der mir gerade helfen kann. Also beim ersten Part werden wir euch dann ein bisschen mit unterstützen, wo wir sagen, da könnt ihr die und die machen. Und später werden wir das dann halt auch mal machen, wo ihr einfach guckt, wenn ihr zur Behandlung macht, was könnte denn jetzt passen. Aber das wird dann Andrea mit euch machen. Gut, dann ist, was setzen wir jetzt so bei der Behandlung ein? Also da wäre einmal so die Sache, wo wir sagen, Kristalle können wir jetzt einsetzen, beispielsweise um Energien zu leiten. Das wäre mir, ich weiß nicht, ob wir es im ersten Part, wahrscheinlich im zweiten Teil, wenn wir das machen, dann nochmal mit reinnehmen. Entweder mit Bergkristalle, also mit Spitzen kann ich gut Energie leiten oder Tourmalinspitzen, die auch da sind. Da kann ich auch energetisches hervorragend machen. Das häufigste, was man natürlich bei CHT-Behandlung einsetzen wird, das sind die Trommelsteine, also vor allem die flachen Steine, weil die kann ich richtig schön auflegen. Also mit der Kugel werde ich dann ein Problem haben, wenn ich sage, ich möchte die am Kopf oder irgendwo auflegen. Die hat zwar eine wunderschöne Wirkung, aber ich denke, das sind die einfachsten Varianten, die man machen kann. Und für euch sicherlich am Anfang auch die günstigsten Varianten, weil die Trommelsteine, die flachen Steine noch meistens mit die günstigsten entsprechend sind. Gut, und dann haben wir auch noch Sachen, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, im zweiten Teil wollen wir mit Schungit-Pyramiden nochmal entsprechend ein bisschen experimentieren, dass ihr schauen könnt, wie das Ganze wirkt, weil Pyramiden haben einfach auch super Energie. Habt ihr vielleicht schon mal ausgetestet, schon mal hineingespürt und das sind halt auch Sachen, die ich sage, das kann ich hervorragend bei so einer Behandlung mit einsetzen. Ja, Steinkreise werden wir mit reinnehmen, weil wir einfach festgestellt haben, wenn ich in einem Steinkreis drin bin, umso länger, dass der liegt, umso mehr baut sich ihrer Energie auf, da kann ich so richtig die Wirkung spüren. Weil mir kann es natürlich auch passieren, wenn ich in einem Steinkreis drin bin und das ist ein Stein, den ich gerade momentan überhaupt nicht brauche, dass ich kaum drin bin, schon bin ich wieder rausgesprungen, weil ich sage, das packe ich heute nicht. Aber das könnt ihr selber entsprechend experimentieren. Von mir ist es einmal der größte Wunsch gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte einmal meinen eigenen Steinkreis haben, so richtig mit entsprechenden Schichten, die man unten braucht, um das zu machen. Also das unten wäre es einer, den wir bei uns im Hof stehen haben und da habe ich natürlich jetzt schon andere Energien, wie wenn ich sage, ich baue mir einen kleiner. Wobei es ihr natürlich hergehen könnt, jederzeit bei einer praktischen Behandlung, wenn ihr einmal Energie so richtig haben wollt, zu sagen, ich lege mich jetzt im Steinkreis um die Liege herum und behandle im Steinkreis. Einfach einmal ausprobieren. Ja, was wäre noch zu sagen, bei den Steinen ist es so, dass hier die Information wirkt. Das ist so ähnlich wie bei der Homöopathie. Also ich muss in den Steinen nicht reinbeißen oder unbedingt zerreiben und da entsprechend einnehmen, weil manche Produkte, okay, die helfen halt nur, wenn ich sie einnehme. Wenn man, wie ich ja vorher am Anfang einmal erwähnt habe, ob jetzt der Magnesit mit Magnesium oder der Kalzit mit dem Kalzium, da wirkt entsprechend die Information vom Stein. Und ich muss nicht irgendwas jetzt entsprechend da schlucken. Und bei der Information ist es jetzt mir dann wieder wichtig, das wäre der Übergang, also die Fälschungen, was ich dann später noch erzählen will, dass ich die richtige Information kriege. Weil nur die richtige Information, die wird zu dem Zeitpunkt helfen. Aber ich denke, das werdet ihr dann entsprechend selber ausprobieren und merken, dass ihr die richtige Information finden werdet. Jetzt eine Sache noch zu den Steinen. Wenn wir später auch damit arbeiten, wenn ihr die Steine eingesetzt habt, jetzt vielleicht da zur Behandlung, dass man sagt, okay, für den einen und für den anderen kann man nur nehmen. Aber hinterher bitte die Steine dann wieder in die Behälter, die wir da haben, mit reingeben. Weil beim Stein ist es so, er wird mit euch Information austauschen. Und ich muss hinterher den Stein wieder entsprechend reinigen, dass ich so die Information, die er mit aufgenommen hat, die bei mir vielleicht nicht gepasst hat, die möchte ich jetzt nicht an den Nächsten, der den Stein wieder nimmt, übertragen. Also muss ich irgendwas damit anstellen. Also wenn es mal schnell gehen kann, kann ich das natürlich auch energetisch machen, einen Stein energetisch reinigen. Wenn ich jetzt sage, ich habe am Dach, was weiß ich, wie viele Klienten da gehabt, habe einzelne Steine, den habe ich für den gehabt, den habe ich für den gehabt. Dann ist es doch sinnig, wenn man irgendwann hergeht und sagt, man nimmt sich am besten eine Amethystrose. Und in einer Amethystrose, gerade durch das Metall, was der Amethyst beinhaltet, wird die Information im Stein wieder bereinigt. Also das heißt, das, was nicht da rein gehört, das ist später im Stein auch nicht mehr drin. Und ich kann den dann einmal frei wieder einsetzen. Also ihr werdet es sicher merken, wenn so ein Stein mal längere Zeit getragen hat, dass der irgendwann passt nicht mehr. Und er sagt, das Ding muss jetzt weg. Und wenn ich dann eine Nacht, zwei Nächte vielleicht in der Amethystrose drin gehabt habe, dann fühlt sich der hinterher auch schon wieder ganz anders an. Also wir haben da Erfahrungen gemacht mit unserem Edelsteinschmuck, dass manchmal einfach von uns Kunden kommen in Tüten und sagen, ich hätte da meine Ketten, könnt ihr die wieder zusammenbauen. Und wenn man sich das Ding dann mal anschaut, manchmal kann man das gar nicht in der Hand halten. Und wenn man dann fragt, ja, wann haben Sie den das letzte Mal gereinigt? Und man sagt, ja, reinigen habe ich noch nie gemacht. Ich habe den halt jetzt ein halbes Jahr dran und dann kann halt sowas auch mal passieren, dass irgendwann wird es zu viel die Ketten erreißen. Und dann muss ich mich wirklich darum kümmern. Und manche, die schauen oft so schlimm aus, dass ich sage, ich bringe den vielleicht gar nicht mehr hin. Okay, ich könnte ihn jetzt noch in der Erde vergraben, das wäre auch eine Methode, die man machen könnte. Oder mit Salz. Nur da Obacht geben, man kann nicht jeden Stein ins Salz einlegen. Koralle oder manche, die sind von den Oberflächen her sehr empfindlich. Die würden da die restlichen Feuchtigkeiten ausziehen und dann könnt ihr den Stein wegwerfen. Also immer hergehen, wenn man Salz nimmt, eine Schale wieder rein, den Stein in die Schale und dann wird das Salz entsprechende Reinigung übernehmen. Also das bitte immer beachten bei den Steinen. Nie warten, bis man jetzt sagt, ich habe ihn ausgelutscht, bis er kaputt ist. Weil dann wird man eventuell nicht mehr hinbekommen. Ich meine, ich habe jetzt leider keinen da, aber man kann das auch sehr schön sehen, dass Leute, die krank gewesen sind. Also ich habe es von meinem Großvater damals erlebt, der hat Krebs gehabt. Und ich habe dann ein Sugilid mit eingesetzt, um das halt ein bisschen zu lindern. Weil mein Wunder kann man mit den Steinen anhalt verbringen, man kann halt zumindest unterstützen. Und der Sugilid hat ja im Normalfall so richtig schönes Violett. Und der ist richtig fast am Schluss weiß gewesen. Also der Stein, der war kaputt. Den konnte man dann nehmen und konnte sagen, okay, ich gebe dann denjenigen mit. Aber das würde man vielleicht selber mal beobachten. Aber so weit sollte man es halt mit den eigenen Steinen nicht kommen lassen. Zu sagen, ich warte, bis der sein Geist aufgegeben hat. Sondern er unterstützt ja allem. Also sollte man auch entsprechend mit dem Stein achtsam umgehen und sagen, ich gönne es dir jetzt wieder. Du darfst jetzt wieder gereinigt werden und kriegst wieder deine Ruhe, bevor du mir dann wieder hilfst. Gut, das waren die Sachen jetzt zum Aufladen. Man kann auch hergehen beim Steinern, die in die Sonne legen zum Aufladen, wenn man sagt, ich will nochmal zusätzliche Power im Stein mit drin haben. Man soll bloß bei manchen Steinen aufpassen, wie beispielsweise bei den Bergkristallkugeln, dass man die nicht in der Sonne liegen hat und dahinter etwas Brennbares. Weil dann kann es sein, dass man sein freudiges Wunder erlebt und das ganze Haus abfackelt. Also solche Dinge sind mit zu beachten. Auch beispielsweise Rosenquarz, Amethyst. Wenn die zu lange in der direkten Sonne drin sind, dann kann es die Farbe aus den Steinen herausziehen. Dann habe ich irgendwann steht was da, was fast ausschaut wie ein Bergkristall, was ursprünglich mal Rosenquarz gewesen ist. Und bitte mit keinem Reinigungsmittel dran, also ATA oder was weiß ich, wie sie alle heißen, hat am Stein nichts verloren. Nur mit Wasser oder mit entsprechend neutralen Seife kann man die auch super schön sauber machen. Gerade wenn man jetzt bei der Behandlung den Stein eingesetzt hat. Ja, dann hatte ich es am Anfang schon erwähnt. Das ist die Sache mit den Fälschungen. Leider kriege ich halt da eine Information auf, die ich gar nicht haben will. Manchmal wird man es feststellen. Ich weiß nicht, ich habe Steine jetzt durchgegeben. Hat jemand einen Türkis? Kennt jemand einen Türkis? Ja. Okay, also ich habe keinen Türkis durchgegeben, weil keiner dabei ist. Also es haben wahrscheinlich einige schon gespürt. Das ist ein Stein, bei dem das sehr häufig gemacht wird. Also teilweise ist man noch hergegangen und hat einen Magnisit genommen. Das ist der weiße, den vielleicht manche kennen. Der hat ähnliche Strukturen wie ein Türkis und den färbt man einfach blau. Manchmal kann man es kennen, indem man ein bisschen an der Oberfläche kratzt und sieht dann, man kommt zum weißen durch. Dann weiß man, aha, das ist ein Magnisit. Und in Zwischenzeit ist es aber so weit, dass teilweise sogar Pressprodukte eingesetzt werden. Also ich habe jetzt vor kurzem einen Workshop gemacht. Da ging es darum, Steine bestimmen und Fälschungen erkennen. Und beim ersten Blick hat das keiner gesehen, dass das eine Fälschung ist. Also dass das ein gepresstes Produkt ist. Da gibt es auch ein paar Methoden, die man dann selber ausprobieren kann mit Sachen, die jeder zu Hause hat. Das ist dann aber, was wir in Teil 2 dann einmal machen werden. Gut, es ist ja vor allem Teil 1 jeder, wenn er Steine zu Hause hat, zu sagen, ich bringe die mit und wir schauen es uns miteinander mal an. Ich meine, ich beschäftige mich jetzt zwar schon, was weiß ich, wie lange mit den Steinen. Aber ich kann jetzt dann auch nicht jeden erkennen. Aber wir werden zumindest miteinander mal probieren, wie weit kommen wir. Bei manchen Steinen bin ich einfach auch so weit, dass ich sage, ich muss halt einen Gämonologen, den ich kenne, fragen und sagen, guck dir das Ganze mal an. Beziehungsweise man sollte halt auch schauen, wo man seine Steine kauft. Es ist halt oft auf Mineralienbörsen, auf Flohmärkten, da sieht man halt sehr oft entsprechende Fälschungen, die unterwegs sind. So entsprechende Läden, die es jetzt schon länger gibt, die auch wissen, wo sie ihre Steine kaufen müssen. Ich denke, denen passiert es weniger, dass sie eine Fälschung erwischen. Gerade so bei den einfachen Methoden möchte ich jetzt mal sagen. Das, was unten steht bei Brennern und Bestrahlen, das sind so Sachen, ich hatte es mit Martin einmal kurz, wenn wir uns darüber unterhalten haben, es werden teilweise heute Rauchquarze bestrahlt, weil nur der dunkle Rauchquarz, der ist so richtig viel wert. Nur wenn ich den radioaktiv bestrahle, dann weiß ich, was ich hinterher habe, ich habe einen radioaktiv bestrahlten Stein. Wobei ich denke, ihr habt so viel Feingefühl, mit den Steinen euch zu beschäftigen, durch das CHT oder andere Energiearbeit, dass man das meistens spüren wird. Darum ist das erste, ich nehme den Stein und spüre, dann kriege ich oft schon mit, mit dem Ding passt irgendwas nicht. Und dann soll den am besten aber auch wieder weglegen, weil dann ist es nicht der Richtige für mich oder der Richtige, mit dem ich arbeiten soll. Ja, dann ist ein Punkt noch, wir werden, wenn wir dann eine entsprechende Behandlung machen, eine Musik mit dazu nehmen. Da gibt es in der Zwischenzeit vom Josef auch entsprechend schöne Musik dazu. Das sind die Edelsteinenergien, die nehmen wir mir zu den Sachen mit dazu. Da spüre ich oft so richtig bei der Musik, wie ich sage, da klingt jetzt der Stein raus. Die Eigenschaften vom Stein, die da entsprechend mit drin sind. Also das kann ich nochmal zusätzlich mit einsetzen, wo ich sage, ich habe den Stein und ich habe die Musik entsprechend, die zum Stein dann auch nochmal die entsprechende Energie mit dazu liefert. Gut, dann noch eine Sache, wenn einige von euch jetzt da sind, die dann sagen, mich interessiert es jetzt ein bisschen genauer. Auf Seminar will ich vielleicht noch nicht gehen, weil da passt es mir noch nicht. Aber ich will mich schon ein bisschen vorinformieren. Literaturmäßig, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, kann ich nur empfehlen, also alles was Michael Ginger ist, was Werner Küni ist oder Bernhard Bruder, die kenne ich oder kannte ich alle persönlich. Und das sind halt Autoren, die sich selber mit den Steinen beschäftigt haben. Weil es gibt ja viele, die halt hergehen und sagen, ich schreibe ein Buch. Das heißt, ich besorge mir 20 andere und gucke ihnen jetzt rein, schreibe was ab und es wird dann schon irgendwie passen. Und die haben wirklich mit den Steinen gearbeitet und da steckt auch eigene Erfahrung mit drin. Und bei denen kann ich sagen, da weiß ich, was da drin steht, das passt auch soweit. Ja, dann bin ich jetzt soweit durch. Ich hoffe, ich habe das heute entsprechend kurz gehalten. Bevor ich von der Christine wieder geschimpft werde, dass sie sagt, du erzählst den ganzen Nachmittag und wir wollen ja auch üben. Also wir machen das jetzt seit einigen Jahren, wo wir uns damit beschäftigen. Wir sagen, wir sind auch nicht perfekt. Wie ich gesagt habe, es gibt auch Steine, die wir nicht kennen oder auch entsprechende Sachen, die wir noch nicht kennen. Aber wir werden euch unser Wissen entsprechend zur Verfügung stellen und werden jetzt in den praktischen Part reingehen. Bevor wir es machen, ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen, sind irgendwelche Fragen jetzt noch offen? Also gut, ich zeige jetzt erstmal, wie man so eine CAT-Behandlung, wie sie ausschauen könnte. Also das sind jetzt einfach mal ein Beispiel von Steinen. Man kann erst einmal hergehen und sich hineinfühlen, die Hände auflegen. Dann kann man sich hineinfühlen, welche Steine, das man eventuell brauchen könnte. Man kann sich natürlich auch vorher schon, indem man mit dem Klienten spricht, schon mal darüber unterhalten, welche Steine, das eventuell in Frage kommen könnten. Dann hat man sich da eigentlich schon mal etwas überlegt. Dann fangen wir mit den Kopfpunkten an. Da kann ich dann wunderbar bei den Kopfpunkten den Bergkristall einsetzen. Normalerweise machen wir es so, dass wir Steine auf den Körper auflegen. Da wirkt er einfach dann normalerweise besser. Aber es gibt halt einfach Bereiche am Körper, wo wir die Steine nicht direkt auflegen können. Zum Beispiel am Kopf. Da können wir dann hergehen und die einfach in der Nähe vom Kopf einfach herlegen. Dann wirkt der Stein einfach ein bisschen über die Aura. Bergkristall steht für Klarheit. Und kann ihm dazu führen, dass man einfach klar denken kann, dass während der Behandlung auch Sachen dann klar werden. Welches Thema, dass es geht, dass sich die Sachen klar lösen können. Dann können wir beispielsweise, wenn es wichtig ist, dass wir die Kindheitspunkte machen, können wir hergehen und einen Rodonit einsetzen. Der Rodonit ist ein Stein, der für seelische Verletzungen ganz gut geeignet ist. Wenn man eben gerade in der Kindheit dann seelische Verletzungen erlitten hat und da Sachen auflösen möchte. Dann kann man hergehen und da ganz schön den Stein auf die Kindheitspunkte auflegen. Und dann ist der Trick, dass da der Stein ganz gerne mal auf der Haut ganz gut haften bleibt, weil er dann in Resonanz geht mit dem Körper. Und dann bleibt er so ein bisschen kleben und dann fällt er da auch nicht runter. Dann kann man, wenn man die Brustpunkte macht, kann man hergehen und Rosenquarz auf die Brustpunkte einfach mal so mitten aufs Herzstück ein bisschen drauflegen. Beispielsweise dann noch den Solarplexus nehmen wir dann noch, legen wir den Orangenkalz auf, der für Lebensfreude ist. Und dann kann man dementsprechend seine CAT-Behandlung machen, dass man einfach anfängt bei den Kopfpunkten. Da liegen ja die Steine eh schon schön unten, da stört dann eigentlich nichts. Wenn dann Steine im Weg sind, dann kann man die einfach kurz zur Seite legen, dass man die einfach kurz neben den Körper legt. Oder man kann sie auch dem Klienten dann in die Hand geben. Das ist dann auch eine schöne Methode, dass man dann die Energie nochmal spürt und nochmal aufnehmen kann. Und ja, die Steine muss man dazu sagen, die muss man eigentlich gar nicht so lange auflegen. Das ist so, dass die manchmal innerhalb von Sekunden schon wirken. Und ja, dann hat man schon eine Wirkung da und kann die dann nach den Punkten nochmal auflegen, wenn man die Punkte fertig gemacht hat, dann nochmal auflegen. Wenn man dann spürt, dass der Stein nicht passt, kann man gerne auch einen anderen nehmen. Das muss man sich dann immer hineinfühlen und dann ja eben schauen, was dann der richtige Stein ist. Und kann die dann gegebenenfalls auch abwechseln oder mal einen anderen noch mit dazu nehmen. Ja, das wäre jetzt einfach mal so einfach nur ein Beispiel, welche Steine. Es gibt noch sehr viele andere Steine, die man dann anstatt denen einsetzen kann. Und ja, wenn man fertig ist, zum Schluss die Steine wieder abnehmen und ganz normal die Behandlung beenden. Das wäre jetzt so mal ein Beispiel, was man machen kann. Und wenn man merkt, dass der Stein nicht passt, also man muss jetzt da nicht durch, wenn ich sage, für die Kindheitspunkte, die da sind, die entsprechenden Steine, dann nehme ich den halt wieder weg. Weil beim Stein ist es ja so, der ist für ein bestimmtes Thema und vielleicht passt es gerade bei der Person nicht. Und wir haben es auch schon mal in einem Kurs ausprobiert, dass ein Stein drauf gewesen ist und dann haben wir festgestellt, na der passt nicht. Haben wir runter, haben einen anderen genommen, weil halt vielleicht zuerst ein anderes Thema behandelt werden musste und hinterher hat er dann gepasst. Also dann nimmst den ab, schaut, was dann mit reinpasst und verwendet dann vielleicht hinterher wieder. Also bloß nicht, ich muss da jetzt durch und mein Klient muss durch, das wäre die schlechteste Methode. Ach eins! END END